Irgendwann hat er dann einen anderen Busfahrer herangelotst an irgendeiner Raststätte, damit er mitfeiern kann. Da sitzt nur im Bus und auf einmal sitzt der Busfahrer neben uns, also aus dem Nichts. Ihr seid also richtig fit für den Saisonstart, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Also so fit wie jetzt war ich echt noch nie.